Ein Griff, sehr schön gesetzt! Wir holen einen Weg zurück. Wir kommen im Duell-Wing-Duell. Wir versuchen beide jetzt Hürpfer anzusetzen. Saarbrot, wir sind hier mit angesetzt. Sie sind fast gefallt. Die schwarzen Stellen sind etwas enger aus, lassen sich nicht so schnell. Da kommt aber schon der erste Ringer. Man versucht im Gegenteil zu selbst. Wir haben zwei Duell jetzt. Beide suchen. Na gut, wir versuchen es noch mal, den Kistof zu fassen. Kistof, werdet sich so dabei hindern, die sind mit Beidenswohlen. Die Stellen, dass die Esel mehrzeitlich bleibt. Jetzt wird er im Single eingeregt. Beide greifen an, vorhin zu arbeiten. Von vorne getroffen. Beide... ...sucht wieder die Duell. Wird auch gleich schon wieder der Wuppe angesetzt. Kami wehrt sich, wehrt sich, wehrt sich darin. Und hier geht er zu Wuppen und noch mal ein paar Punkte holen. Und er hält bei Angst fest, die Angst mit so. Ach, unrufbare Kopf ins Ding. Da setzen wir an, über den Kopf ein Wupp. Nein, er dreht um. Verbunden, das ist er. Ja, nochmal. Ah, ein Schlag dagegen. Er konnte sich dem Tritt nicht beschweren, aber er konnte man auch nicht beschweren. Trotzdem hier wird ein Schläger ausgezeichnet. Zum Gesicht, mit der Rückkampf, mit der Vorderkampf.